herzlich willkommen zu einem neuen video hier auf meinem kanal und heute schauen wir mal akt 2 an aktuell ist ja schon vor drei tagen gestartet und ich bin jetzt schon beim fünften preis also das kann ich euch ja schon mal sagen ihr würdet ihr im laufe des videos hier weil ich bin und es ist noch nicht mal eine woche rum sondern erst wie ich gerade eben gesagt habe drei tage ich denke das ist wieder genauso gut machbar wie akt 1 okay was ist das jetzt cool da bleibt jetzt einfach mal das spiel auf sagt mir ja 300 alles könnte daran gewesen sein ich habe zwar hier auch mal handy aufnehmen gedrückt aber das vielleicht ist nicht mehr ganz übernommen hat dann drücken wir einfach mal aufnehmen können ja mal machen weil das sind immer gut hier wie ihr schon gesehen habt gibt es eine neue währung in aktuell ist auch logisch und ich bin jetzt beim vierten preis wie komme ich jetzt auch im fünften preis ich weiß einfach nicht ja ja wenn wir hier die 450 nehmen und dann noch ein paar lobo lustig grüße antippen dann bekommen wir dann sind wir schon auf 9000 also ja wir haben noch ein bisschen geschenkpapier aber der fakt ist wir sind immer noch bei 3 4 also der erste preis war der butter und eine kostenlose landmarke hier ist der butter da oben der war man auch für die haupt quest als nächstes gab es dann lockführer otto und arktischer hyperzug also der steht bei mir da bin ich noch nicht mal auf baum gedrückt er sieht eigentlich ja da geht eigentlich nur das blöde ist ich habe im auto nicht also das ist wirklich ja jeder lockführer otto habe ich noch nicht das ist gleiche wie vor zwei jahren mit pinball event mit der boxer dreidary tatum den da hat man auch geht das kostüm bekommen obwohl er ein premium charakter ist also ich finde es sollen sie abschaffen weil dann freut man sich gar nicht über den preis aber aber das wäre dann wieder eine taktik von jel dass man nehmen sie 450 dollars kaufen sollte vielleicht wenn ich aber nicht machen ihren ich habe bessere sachen zu kaufen also ein lokführer er ist seit zwei jahren nicht mehr vorgekommen der dritte preis war dann noch mal der gratis landmarke also jetzt habe ich schon 15 gratis landmarken von 18 eine habe ich mal so zum spaß auf eingelöst um zu schauen was da was passiert und eine habe ich erst heute ausgegeben weil die felder hier hinten ganz schön teuer sind 700.000 schon er ist wirklich wirklich eine sache einmal eine habe ich bekommen der box da oben die nämlich wegen der weiterverschenken maschine könnte man hier in der letzten box noch mal eine abräumen und dann schauen wir mal was dann in der box ja jetzt herauskommt ich bin ja schon so weit weil ich mir so 300 geschenkpapier angespart habe also 300 es war ganz viel an die viel arbeit ist einzulösen und dann haben wir noch drei teils herausforderungen aufgehoben hat dann schon mal zwei davon bekommen und deswegen bin ich eigentlich schon soweit ich werde darauf dass ich das eis bekommen der nordpol renterstation wäre vielleicht ein bisschen besser aber wir haben sie sogar bekommen aber jetzt muss ich darauf wieder hintergehen also das ist ein nachteil wenn man bei bei stornpreisen da und dann wieder ewig weit hinter scrollen also wirklich ewig weit okay es hat nicht mal übernommen dass ich meine kriege märkte verkauft habe ja gut also nicht mal das hat's gemacht okay am bahnhof war der schlechtes wlan also ja eigentlich habe ich die wieder aufgebaut sollte doch der im spielstand noch mit mal ein gerät synchronisieren aber habe ich mir eigentlich gedacht dass man das nicht mehr braucht ja da habe ich dann immer gedacht und es ist dann noch mal eine neue kategorie hinzugekommen nämlich der postkampf da muss immer der fünfte sein zukunft und sieht also leer aus sie war schon beim letzten event haben ja auch schon wieder gedacht dass da noch was hinzukommt und so ist dann auch gewesen nämlich hier der postkampf ich bin jetzt schon bei teil 2 von 7 also da muss man dann immer leute auf vier stunden schicken und hier hieraus kann man lesen la centa die reglianer vermöbeln also dass man vielleicht hier am ende von sex als ja auch der weihnachtsmann in den lila gefäß da könnte der weihnachtsmann drin sein wenn man das dann abgeschlossen hat da steht ja sogar belöhnung seit der klaus und 50 heilige folianden 200 heilige folianden und 30 geschenkpapier kriegt man dann auch noch mal sowas aber um die vorzuschätzen fortzusetzen ja vorzuschätzen ja warum man ja mal den könnte erhielt an hibbert deswegen könnte ich nur teil 1 abschließen und jetzt können wir auch noch mal so ein bisschen was bauen so ein hexenhaus sieht eigentlich recht gut aus erwähnen werde ich mir da auch noch mal eins kaufen ich habe das haben wir nicht gehört jetzt haben wir wieder die stufe hochgelevelt dann gibt hier noch die nordpol säulen da können wir uns am besten gleich zwei kaufen ja soviel zum thema zwei kaufen weil ich eigentlich ja die sind eigentlich die gehen eigentlich gleich hübsch aus dann haben wir hier ein eiszaun da werden wir uns wahrscheinlich nur zwei kaufen oder gar keine sondern eher noch mal so eine nordpol säule da braucht man am besten 400 kommen damit vielleicht was schönes bauen also hier braucht man auf jeden fall deswegen werde ich mir dann noch mal eine kaufen aber jetzt nicht mal jetzt brauchen wir noch mal was günstiges er kommt so ein laternenfall können wir mitnehmen ist günstigste oder hätten wir schon und jetzt haben wir gleich zwei sachen freigeschaltet holzsoldaten und die sie als schneemänner können bei leider beides nicht mehr kaufen weil uns da ein bisschen was fehlt aber den holzsoldaten können wir immer noch kaufen der sieht recht toll aus was macht denn der da also der ist glück animiert ja das gewehr fällt da fast immer runter so eine kleine animation kann immer wieder toll anschauen bei dem boss camp gibt es auch immer eine super nice animation dieser die ihr gut macht aber leider bleiben die nicht ja leider der nächste vor in der nächsten folge haben wir dann wahrscheinlich alles geschafft und jetzt schauen wir uns mal den store an aber da habe ich ein älteres video wo ich jetzt einblenden werde so wir werden jetzt dann nochmals kaufen nämlich flern das eisauto bringt 2,25 prozent und es kostet 50 daunters aber man bekommt wieder 10 zurück und für das dann 2,25 prozent das ist eigentlich recht ordentlich es geht eigentlich recht gut also da habe ich mir das gekauft und jetzt gibt es noch mal neue sachen werbung für jesus geburtstag geburtstag kauf jesus er ist der grund für die ganzen feierlichkeiten für 199 donner zu der treppe und jesus ging eigentlich aber naja die donuts ich lasse meine lok meine donuts nicht so locker also die schnüge ich ganz fest damit sie nicht runter fallen oder so also das ist eine neue sache dann ist jetzt schiefer dann der stall bei der hütte dann glänzende glänzende die bahnhof oder soll es ihren punkt sein will ja nein irgendwie hieß es ja anders religionisches oder ja so ist glaubt oder da haben wir doch hier regelianischer ja bianische heißt aber das nur rallye hat es habe mich jetzt gestört mit rallye und und religion und riege das haben wir so ein bisschen gestört dafür nicht sogar gilt angebot besser als der glänzende rallye bahnhof da ich noch rotieren der religiöse holo statue ist ein holobaum sieht so aus als ob das nur baum wäre habe ich die donnerbestätigung an ja man sieht mich auf irgendwas um das anzuschauen und dann auf einmal gekauft ja schon ob es noch mal neue sachen gibt springfield der synagoge gibt es jetzt wieder die gab es ja schon mal dann brot of faith fan und was sehe ich denn da glasgow das ist auch der das gebäude wo es da die uhr anzeigt oder oder zeigt darum die uhr an wenn er darum die uhr anzeigen würde würde ich vielleicht überlegen das mir zu kaufen dann ist noch weiße hexe burns dann beim weihnachtsmarkt gibt es auch ein paar neue sachen die sich lohnen die sie wirklich lohnen es gibt es in imaginären bär vom letztem jahr letztes jahr weihnachten also zwei weihnachten 2016 gab es da als also man ab dem muss jetzt schon den robo lustig großen gab es halt den imaginären bär kaum jetzt nicht das rentier das quält mir so sehr aber die donuts habt ihr sei nicht die im überschuss dann gibt es noch den eis gott dann alter baumgeist für drei prozent für 30 donuts aber man sieht jetzt leider nicht zu viel hat der blätter hat er im sommer blätter ich weiß nicht ob ich mir den kaufen werde 30 donuts drei prozent heißt hier im bonner storm weihnachtsmann weiß nicht ob ich mir den kaufen werde es kommt er dann kurzfristig dann gibt es dem weihnachtstotem für 10 dollars 2,5 prozent sie lohnt sich doch allemal lohnt sich das ja für die prozente macht man das immer wieder an die weihnachtsmuscheln 50 dollar des pfunds aus der weihnachtsfolge das candy kevin dann noch zerstörer weit zerstörtes weihnachtsrat für einen doner und ein doner kriegt man zurück das nehmen wir doch mit wenn man das kostenlos bekommt hallo kinder ist zeit für krassies nicht konventionelles weihnachtsrat nein keine glücksräder mehr jeder hast sie ja erinnert euch vielleicht an weihnachten 3.13 2014 da war ich auf jeden fall noch nicht dabei mit dem weihnachtstrat da der glaube ich aufgeregt stirb rad stirb okay habe ich platziert da ich habe es gekillt kein weihnachtstrat mehr und ich dachte das spiel wäre vorher schon nicht ganz sauber gewesen also ein kleiner dialog dann gibt es schützt die tannenbäume dann auch die tauchvorrichtung auf 14 dollars 2,5 prozent es wird ja immer besser immer besser wird es kaum hier natürlich auch noch den donuts die haben wir doch das geht leider nicht runter der stuhl wenn man darauf tippt muss auch nicht dann gibt es die riesige brennende ziege dann auch berns hütten hütenschneemann ja den baumgeist wahrscheinlich nicht kaufen aber zur feier des tages kommen wir uns hier noch eine winter wunderland überraschung die riesen schneekugel mörderhorn und das weihnachtskinpaket werden so die highlights aus dieser box die man natürlich nicht kriegen kann das ist natürlich nicht möglich aber wir nehmen ihn natürlich okay wo ist der jetzt ist er jetzt im inventar mr blau hier mit der blau mein name zu schnell weg geklickt sondern wenn wir uns heute nichts mehr kaufen dann kommen ja allmählich zu den dialogen hey flanders weißt du noch als ich mit der auto in einen hydranten gefahren bin und es eingefroren ist daran kann ich mich noch irgendwie so erinnern danach bist du damit in ein salzilo gefahren und es hat überall gerostet das übliche geben und nehmen ist unsere beziehung ich gebe du nimmst dann wurdest du von auspuffgasen high und bist in den nächsten hydranten gefahren also zwei hydranten hintereinander nehmen und geben aber wandelt das jemals auf niemals glaubt keine sorge früher oder später werde ich es nicht überleben wenn ich mit deinem auto in irgendwas lustiges rein krache ich wollte sauber machen aber nirgendwo bin ich mit dieser menschentechnologie namens staubsauger nicht zurecht gekommen in der teppicheinstellung habe ich die teppiche im brand gesetzt und im parkett modus das parkett zerkratzt nicht aufgeben du musst eine perfekte imitation der menschlichen hausfrau sein dann sollte ich vielleicht anfangen mich schon nachmittag zu betrinken warum bin ich da nicht früher drauf gekommen ich gebe einfach vor die frau eines wichtigen geschäftsmannes zu sein nämlich die von center close dann kann ich ein hausmädchen einstellen dass das ganze arbeit übernimmt das ganze arbeit übernimmt die die ganze arbeit übernimmt weiß nicht ob es so richtig ist hauspersonal ich bin noch nicht größeres du wirst gar nichts mehr sein wenn du mir das nicht erlaubst rotos das haus sieht ja fantastisch aus was für eine gute hausfrau du doch geworden bist weil es bestimmt die putzhilfe das haben wir alle unseren neuen hausmädchen schon dazu verdanken man muss ja wissen mal wie man sie motiviert ich lass sie und ich lasse lasse sie und ihren freund einfach aus unserem spiritusen schrank klauen spiritus schrank klauen das tut niemand weh niemandem weh so und jetzt wollen wir weihnachten feiern ich habe das haus mit luftschlangen sternen und menschlichen schädeln geschmückt ich glaube so schmückt man dann auch nicht zu weihnachten oder ist ja schon ein schädel wie sagen wir regel jahre so schön wenn es beim ersten mal nicht klappt einfach vor dem regel jahre nischen diktator kriechen und es noch mal versuchen außerdem muss ich noch ein paar milliarden robo lustige kusse loswerden ich habe sie mit einem dezerebralisierung strahl ausgerüstet mit dem die menschen noch hirnloser auf ihre displays glotzen werden wenn unsere invasion beginnt werden sie komplett hilflos sein ich kann nicht lachen ha 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 also ich soll es wirklich lassen ich probiere es immer wieder aber ich kann es nicht kann irgendwie lachen naja mit vielleicht ja aber über wenn da das so dran steht ausgezeichnet jetzt sind wir hier nicht bei burns und ich mit mir weiter centers ehefrau fehlt nur noch das getrabbel winziger elfenfüßchen ich bestelle schon einmal ein paar weihnachtstraupen von revendel 9 lisa du bist ein besonderes mädchen und ein würdige jüngerin ich bin gekommen um die 1 1 darmer lehrstunde zu geben privatunterricht bei butter hast du das gehört bad jaja ganz toll ich habe einmal den nachhilfe lehrer mit dem ich nur videospiele zocke weil so ein schöner tag ist wollen wir mit einem sekt frühstück beginnen um mani padme jung jetzt fühle ich mich wie neu geboren probierte eier mit punk hat man punk hätte das nenne ich eine sanga eine versammlung von geschmacksrichtungen ich habe jedes tisch set im restaurant ausgemalt am beginnt mein unterricht bald aber zuerst schauen wir in mutter juniors niger salon vorbei nagelsalon vorbei um mani padme um das bringt mich gar nicht durcheinander die spreche oder ist es überhaupt eine sprache um mani padme er weiß nicht die zerebralisierung strahl in tier die europa lustige verwandeln die menschen in wehrlose beute müssen sie dafür über den menschen schweben das ist doch ein wenig offensichtlich oder nicht aha es reicht also nicht dass ich eine waffe zur unterjochung der menschheit erfinde sie soll auch mehr als 1 meter reichweite haben wenn wir schon nach erden recht verheiratet sind will ich wenigstens rumosern dürfen komm lass uns nicht streiten diese hypnotisierten menschen man alles was wir wollen zeit für ein bisschen spaß hey kumpel würdest du vielleicht jemanden helfen der eine gesucht gemacht hat alle bilden nämlich die rede natürlich von jesus christus wir wollen ihm zeigen dass wir seinen geburtstag nicht vergessen haben ja auch wie jesus zu teuer nichts verkauft oh junge wird man selbst sauer sein er sagt wenn ich nichts verkaufe werde ich das prontius pilatus erklären müssen ich weiß zwar nicht wer das ist aber mein letzter pilatus kurs war die hölle ok ich liebe es wenn du meine amüsiedrüse zur ex brammer emulation bringst die robo lustige kurs sind zurück sie schweben über den leuten und schön sie mit einem hirnstrahl vielleicht ist dann nur so einen social media gadget dass seine erhaltung korrigiert und schritte zählt nein die sind von ihnen ihren smartphones total hypnotisiert wir müssen die weiterverschenken maschinen nutzen um diese robo robo parisiten zu bekämpfen hypnotisiert war warte mit dem weiterverschenker ich gehe noch kurz im kriege markt auf einkaufstour die weiterverschenken maschine hat nicht funktioniert die menschen die unter dem bahn der robo lustige kurs stehen bleiben hypnotisiert verdammt hätte ich das gewusst hätte ich auch den comic lan ausrauben können ok dann lass uns diese weiterverschenken maschine anschmeißen und diese unlustige kurs weg pusten gütiger klavin auf keinen fall wir wissen nicht was da mit den opfern der robo lustige kurs passiert möglicherweise verfallen wie ihre hirnne damit zu gemüse und wir machen genies aus ihnen wir wissen es einfach nicht ist wie der klimawandel könnte gut sein könnte schlecht sein übung stehe ich bei bedarf als berater für die fossile fossile brennstoffindustrie zur verfügung natürlich gegen hula ja der klimawandel ist noch nicht gut oder wenn ich glaube nicht gut was empfehlen sie denn dann am besten einfach bieten zu der höheren macht an die man glaubt aus dem nichts entspringt der geist buddha du bist real so real wie ein schmetterling der niemals liegt oder ein lach oder ein lachen dass niemand hört du bist real aber mit ihr zu reden ist wie mit grandpa zu quatschen herr buddha es ist toll dass ihr da seid werdet ihr uns helfen die invasion der robo lustige kurs zu besiegen dieser es gibt viele gottheiten vielleicht sind sie aber auch einfach nur aspekte einer alles umfassenden gottheit kenne die antwort aber sage sie dir nicht so geht buddhismus und musee von allen religionen zu verstehe eine art legion aller religionen oder kurz religionen naja davon stand jetzt auch der begriff da wo ich unter video beim kaufen der redi bahnhof oder station eindeutung auf irgendwas ja das ist der worte soll es also bedeuten wir wissen jetzt auf jeden fall vom rest der religion für jedes lebens sein du musst dann glauben dass sie kommen sonst kommen sie nicht geheimnis des glaubens dieser folie mit dem unterricht beginnbruch ein paar neue klamotten ich habe nur noch wintersagen und brauche dringend etwas sommerliches erleuchtend ist wir könnten bei kurs dingtons in der übergrund abteilung schauen weißt du was ich gerne hätte einen schönen dunkel oliven also entwicklung müssen ja dunkelvioletten videos anzug um oder was es um da bedeuten sollte herr butter wer steckt hinter dieser entsetzlichen version von robo lustige kursen der schüler bittet um führung doch der meister sagt frage nicht nach etwas das du bereits 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 weiß großer feiertag geheime invasion meister als die erleuchtung es in kängel kodus tatsache das habe ich nicht kommen sehen natürlich habe ich das und jetzt will ich ein paar alien erscheint den karnieren ihr habt uns diesmal besiegt aber nur weil wir nicht bereit waren genau ich hatte lebkuchen im oben und jetzt sind sie ruiniert pfeife auf den sieg ich hätte liebkuchen haben können wir haben die alien verlangsamt aber nicht besiegt wir brauchen mehr mitglieder der religionen hat die man die geist von quenzer gerufen fantastisch sind die der erste aus der religion der hier aufkreuzt wirklich verdammt ich hasse es als erstes auf einer party zu sein also uncool ist schon okay sie können helfen die appetit haben vorzubereiten so sind wir direkt im spiel vielleicht mit einer weiteren quest line von buddha ja genau so finde ich so wo finde ich denn hier in der gegend eine gute massage praxis ich habe gerade mein wasser mass eure lizenz erhalten was die uhr lizenz erhalten von derselben stelle die auch meinen schnaps brenner lizenz ausgestellt hat alles ist mir alles klingt fantastisch kann es loskneten ja 60 minuten das kann man schon mal machen hier unsere lisa auch dann hat homer hier noch eine aufgabe endlich ein was schlechtes karneval karussell ich zuerst dad da ist ein standstuhl damit hat man getestet ob jemand eine hexe war ja aber man kann ihn nicht untertauchen meinte das war schlecht ja vielleicht gibt es aber auch hexen sie sind eigentlich immer gestorben außer jemand hält vielleicht länger die luft an ging man unter war man unschuldig aber wenn man schwammt dann war man eine hexe so die art die weisheit der ahnen man geht eigentlich immer unter außer man liegt hier am rücken aber ja das hat überhaupt nichts mit weisheit zu tun hey ich frage mich ob ich keine hexe bin ob ich eine hexe bin sommer beweisen dass er keine hexe ist vier stunden rom hat aber noch mal die aufgabe juhu ich darf mich wieder mit der planen nachdem ich vater ehemann omaya war endlich ein titel der respekt einflößt ich frage mich was dieser spitzname soll wenn man gar keine keine gar kein schneepflug hat da ist so als würde ich mich abkommen nennen ohne schwimmen zu können akkommelt so hier heißt es ja ich brauche keinen schneepflug ich habe radioaktives plutonium mr blau 24 stunden gleich bringt es hier vielleicht ein bisschen mehr ja das ist ein primär kostüm alles sehen wir mal wie viele kostüme wir jetzt von homer haben also normale 234 56 7 8 9 10 11 kostüme haben wir von der homer also wirklich respekt dass man so viele stücke von homer haben kann also dachte ich jetzt irgendwie nicht so vielleicht können wir uns ja noch mal 500 holen aber hat er nicht mehr da stehen wir hier mal auf 1 1 stunden jobs sondern würde ich hier das video beenden also ich wünsche euch schon mal frohe weihnachten weil ich wahrscheinlich vor weihnachten kein video mehr hochladen werde danach kommt dann der bessere audio qualität also lasst euch vielleicht so ein bisschen überraschen weil es dann nicht mal so stört weil ich hier mit dem kind so leicht hinrugel so weiß ich also ich hab das gefühl dass ich nie hinrug aber das macht dann irgendwie immer so ein geräusch würde es dann die wahrscheinlich nicht mehr so sein dann würde ich und dann und neues intro ist auch in bearbeitung oder ist bereits fertig aber ich wahrscheinlich dann extra video dazu machen oder eher ein altes neues intro dann würde ich mal sagen war es von mir für diese folge wenn es euch gefallen hat dann lasst mir gerne daumen nach oben da oder abonniert meinen kanal und ja ciao